Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute ist der 6. Januar und in der Schweiz feiern wir den Dreikönigstag. Dazu haben wir einen Dreikönigskuchen. In einem Dreikönigskuchen ist ein kleiner König eingebacken. Alle Personen dürfen ein Stück essen und wer in seinem Stück den König hat, ist für einen Tag der König. So, und jetzt probiere ich, den König zu finden. Guckt, das ist der König. Juhu! Ich bin Königin.